So, ich habe ja einmal das Thermogel ausgewählt mit der 743, trägt ja auch meinen Namen Lilu. So, ist jetzt im kalten Zustand ein schönes dunkles Rot, schon fast so ein Bordeauxrot, also es ist wirklich ganz toll, ich finde es ganz schön und das Tolle daran ist natürlich jetzt, wenn ich das einmal ins Warme packe, habe ich das Warme, ja, ist noch ein bisschen warm, werdet ihr jetzt gleich sehen, wie es aussieht, wenn es warm wird. So, wir gehen einmal rein und das geht eigentlich ziemlich zügig, wenn ihr das schon sehen könnt, ja. Also das ist Wahnsinn, wie schnell sich da die Farbe verändert, ich finde es richtig cool. Da habt ihr dann, wenn es warm wird, ganz, ganz knallig Rot, ja, also ich finde es ist ein ganz toller Ton, ich liebe ja Rot, ja. Gehen wir einmal ganz rein, das ist wie gesagt, ganz kalt, habt ihr es ja schon gesehen, jetzt machen wir es einmal ganz warm, geht eigentlich rotzifat. So, ein bisschen abstreifen. So sieht es dann aus, wenn es im warmen Zustand ist und das ist ein richtig ganz knallig toller Ton, ich liebe es ja. Also das ist wirklich ein 2 in einem. So, ein bisschen abstehen.